Ihr kennt das auch, manchmal sitzt sich jeder Handgriff perfekt, manchmal muss es einfach schnell gehen und manchmal hat man auch Helfer dabei, die nicht wissen, wo genau man wie anpacken soll. Und was macht man jetzt? Gibt's ja nicht was für eine Resi-Innovation? Hi, Olli hier und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute aus dem Resi-Lab. Und natürlich gibt es was von der Resi-Innovation. Erlebt mit uns die Zukunft der Reinigung. Von uns entwickelt für euch gedacht unsere Killer-Formel. Das Epoxy-Killer-Gel ist speziell für eure Anlagen entwickelt. Warum? Das Gel haftet auf senkrechten Flächen und man kann es über Kopf anwenden. Wie das Ganze genau angewendet wird, seht ihr jetzt. So, wir haben als Beispiel eine Fläche behandelt. Achtet an senkrechten Flächen und auch über Kopf. Was machen wir jetzt? Wir lassen das Ganze einwirken und sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück im Resi-Lab. Jetzt ist es ganz einfach. Den reagierten Epoxy-Killer abwischen. Die Fläche mit Wasser neutralisieren. Und hier ist das Ergebnis. Wow, so einfach ist das? Ja, so einfach ist das. Epoxy-Killer bekommt ihr nur bei uns. Schaut die Sicherheitsbestimmung am Ende vom Video. Wir danken euch fürs Zuschauen. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.